Naja, ihr lieben Zombie-Apokalypsen haben es so an sich, dass sie auch hier und da gerne mal zu etwas Personalnotstand führen. Und auch die Polizei, unser Freund und Helfer, ist davon natürlich nicht verschont und verzeichnet krankheitsbedingt einige Ausfälle. Wobei ich das in diesem Fall vermutlich auch selbst ein bisschen zu verantworten habe. Naja, jedenfalls einem tapferen Recken, der die Straßen in Zukunft vor Kriminalität säubern möchte, dem ist angeraten, solche Situationen zu erkennen und auch flexibel zur Stelle zu sein, wenn er gebraucht wird. Vom Hausmeister zum Kanalarbeiter, zwischendurch mal Bibliothekar, allem voran Abfallentsorgungsprofi und auf jeden Fall von nun an Fachmann für Elektrik. Für Mr. Kennedy windet sich hier die Karriereleiter, wie wenn man eine Schlange mit einem heißen, glühenden Metall piesackt. So fühlt es sich zumindest an, denn um das mal für euch zusammenzufassen und warum ich von Elektriker sprach, unser Plan ist es ja jetzt über die Tiefgarage abzuhauen, dafür müssen wir aber eine Schaltfläche wieder in Gang kriegen. Weil wir ja sonst nichts zu tun haben und die Teile dafür sind überall auf der Polizeistation verstreut. Gut, dass unser lieber Freund für Ordnung und Sicherheit auf jeden Fall Ordnung an die erste Stelle schreibt. Jedenfalls, wie sieht der Plan für heute aus? Wir sind jetzt hier etwas gefangen, denn Mr. Stampfibert da draußen, der sucht uns, kommt ja aber nicht rein. Ich weiß nicht, ob ihm der Türsteuer zu breit ist oder so. Vielleicht hat er sich auch mal anders überlegt. So, lasst uns wie immer damit anfangen, uns hier erstmal ein bisschen zu sortieren, so um eine gewisse Übersicht zu kriegen. So, die Sachen brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Interessanterweise brauchen wir noch den Kleeblattschlüssel. Ich versuche mich mal dran zu erinnern, wofür eigentlich. So, wir haben auf jeden Fall noch die Taste. Das ist Tagesordnungspunkt Nummer 1, liebe Freunde. Übrigens an dieser Stelle, Dankeschön fürs Einschalten. Lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich nicht nur riesig freuen, sondern unterstützt mich auch noch enorm. Und für euch dauert es bloß eine Sekunde. Vielen lieben Dank. So, wir gehen in den Waffenschrankraum und werden den auf jeden Fall richtig hart ausplündern. Ja, wenn ich schon diese Lokalität verlasse, dann auf jeden Fall mit vollen Taschen. So, lasst uns das vielleicht an dieser Stelle mal nachschauen, ob wir etwas verzeichnet sehen. Oh, ich kann mich erinnern. Moment mal. Hier waren wir noch gar nicht. Kann es vielleicht sein, dass wir dort diesen Schlüssel noch einsetzen müssen? Es ist komisch, dass das nicht markiert ist, weil die Herztüren sind zum Beispiel immer irgendwie eingezeichnet auf der Karte. Wie kommen wir denn in diese Räume? Dort waren wir noch gar nicht. Ich sehe hier gar keinen Eingang. Die Treppe runter. Ah, ich weiß, wo das ist. Durch den Wartebereich. Hier ist der Kunstraum. Ja, okay, gut. Ich weiß, wo wir hingehen. Das machen wir auf jeden Fall als nächstes Tagesordnungspunkt Nr. 2. Zuerst mal schauen wir ganz dezent nach, ob die Luft rein ist. Und wir geben uns mal hübsch zum verdammten Waffenschrankraum. Ach du meine Güte. Ich... Wo kommt der her? Gut, der kommt von oben, oder? Die sind alle am Start. Sie sind aufgeb... War... Hilfe? Wie habe ich das... Wie... Ich bin einfach ein Meister meines Faches, Leute. Ich bin Überlebenskünstler. Ich kriege halt bald meine erste Serie auf RTL. Habt ihr auch noch nicht gewusst. So, Momentchen mal. Jetzt brauchen wir hier die Gürteltasche auf jeden Fall. Ich glaube, die haben wir noch nicht. 2-0-3. Komm, Leon, mach ein bisschen hin. Wir kriegen gleich Besuch. Oh, äh... 2-0-3. Easy! Jawohl, ja! Oh, 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 oh. Komm her, Baby. Gib mir die Slots. Ich bin immer für mehr Quadrate. In meinem Inventarbereich. Oh, komm. Gimme, gimme. Oh, yes. Das, das, das schmeckt richtig, Freunde. Das schmeckt richtig lecker. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Oder haben wir bereits alles ausgeplündert? Ist egal, wenn nicht. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was haben wir hier noch? 1-0-6. Wie soll man das nicht mitgenommen? Oh, ein Messer haben wir auch noch. Moment mal. Äh, 1-0-6 erst mal. Ja. Und dann 1-0-3 war das, glaube ich. Ja, genau. Wir haben ja die dritte Taste hier jetzt gerade gefunden. Ja, ist doch gut. Äh, 1-0-3. Zack. Das ist doch irgendein Film, oder? So wie das aussah. Oder irgendein Elektronikteil? Ich weiß es nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Da werden die Slots ja erst mal gleich befüllt, bevor wir Besuch kriegen. Ah, ja. Wenn ich nicht renne, hört er mich doch nicht, oder? Ist er so auf Sound? Ja, das ist auf jeden Fall ein Film. Cool, dann gehen wir gleich mal zurück. Ich glaube nämlich, wir müssen diesen Weg eh wieder gehen. Ah, aua, 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 das, das, du Rüppel, alter. Mein, uiihihi. Ich fang schon wieder an zu schwitzen. Ey, der hat meine Jacke besudelt. Mit dem Blut meiner Kollegen. Ich bitte ihn. Alter, ey. Was für ein Grobian. Ich habe hier auch noch, ich habe vor Schreck meine, meinen Laptop vollgespuckt. Ey, meine Güte. Das entlockt mir so manche Säfte. Das kommt aus allen Löchern, versteht ihr? Ähm, so. Passt mal auf. Ach ja, genau. Wir wollten den Film entwickeln. Ich komme überhaupt nicht mehr klar, Leute. Ihr, ihr, ihr bleibt trotzdem weiter dran. Lasst es einfach nebenbei laufen. Schaltet mich auf stumm. Whatever. So, Erinnerungsfoto. Ach, das ist der Hinweis für den Köderz. Aber doch schon längst. Haben wir doch schon längst. Da klären sich auch einige Motivationen, Alter. Thanos, der will meinen Infinity Stein. Ich werde ihn niemals rausrücken. Hahaha. Vorher rette ich schön die Welt. Oder auch nicht, weil ich sterbe. Der kommt ja echt nicht rein, ne? Der kommt nur in die Main Hall. Das ist der einzige Safe Room, den er betreten kann. Wehe, die Tür geht jetzt auf. Hahaha. Oh mein Gott. Ja, auf dieser sogenannten Karriereleiter macht man auch mal gerne ziemlich nette Bekanntschaften hier. Ja, habt ihr vermutlich festgestellt. Oh Leon, da ist ein neuer, netter Kollege. Kannst du den mal bitte einarbeiten? Und ich so, ja, ist kein Ding, Bro. Ja, nice. Dann trifft dich mal oben mit dem beim brennenden Hubschrauber. Hahaha. Also, so romantisch das auch alles klingt, aber der breitbeinige Gentleman, er wies sich leider als äußerst anhängend. Zum Glück sind die anderen Zombies, in ihrer Partnerwahl, relativ flexibel, wollte ich gerade sagen. Ja, da, da straft mich das Schicksal lehren. Okay, gut. So, wir müssen durch den Duschraum, glaube ich. Das ist der einfachste Weg. Also, wer krabbelt da durch meine Schächte? Ich bitte euch. Mir gehen schon wieder richtig die Wuffen. Das wird übelst gruselig hier. Du bleibst bitte liegen, mein Freund. Dich habe ich mich schon gekümmert. Ich habe vor allem keine Motivation, äh, keine Motivation habe ich noch genug. Ja. Also, das möchte ich ja wohl, das möchte ich ja wohl gesagt haben hier. So, Moment mal. Das ist doch aber, das ist doch aber auch vor allem falsch hier. Ich bin falsch gelaufen, Leute. Sorry. Ah! Ich bin doch ganz richtig gelaufen. Ach, das war ein wundervoller Weg. Der war blendend. Exzellent gar. Oh no. Warte mal, was ist das hier? Oh, das ist nicht gut. Das, äh, das war... Sorry. Sorry, ich habe geallwacht. Oh, du Späßchen. Oh, ja, das ist gut. Autsch! Aua! Aua! Au, 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 au. Können wir irgendein Heilungsding? Komm, wir müssen uns das reinpfeifen. Alter, macht der Damage! Alter, der... Oh! No. Nö, ne? Warte, ich muss da raus. Ich muss sowieso hier auf die andere Seite. Eieieiei, kommt der die Treppen runter? Nee, der ist zu dick, ne? Die Treppe bricht zusammen. Da habe ich nachher die hinteren Karte. Eieieiei, wo geht's hier raus? Da geht's raus. Marv, sorry. Mal wieder deine Privatsphäre stören. Okay. Okay, Alter. Das ist ja echt richtig penetrant, der Typ. Ich glaube, ich kann ihn nicht vernichten. Ich kann ihm höchstens mal hier und da seinen Hut von seinem Betonschädel blasen. Das habe ich beim letzten Mal auch vergnüglich getan. Der will doch nur seine Ausbildung anfangen. Der ist halt einfach wie ich, Leute. Der will nicht ins Bett. Aber irgendwann, irgendwann darf ich den mit Sicherheit schlafen schicken. Irgendwann wird seine Zeit kommen. So, Moment mal. Wo müssen wir hier? Habe ich hier eigentlich schon alles abgefrühstückt? Fragezeichen. Warte mal. Ich bin falsch gegangen, oder? Ja. Ich hätte runtergemusst. Okay. Ich glaube, hier war ich schon. Warte. Großes Zahnrad. Habe ich das beim letzten Mal vergessen? Das trägt... Das ist ein mächtig, fettes Teil, Alter. Kann sich mit dem Typen da draußen verbinden. Ihr passt irgendwie zusammen. Ich weiß gar nicht, warum. Okay. Okay. Dann... Ja. Momentchen mal. Haben wir den jetzt erfolgreich untersucht? Das war... Lagerraum Ost. Ne, da ist noch ein Pflänzchen. Okay. Das spare ich mir mal. Ich will... Ich glaube, ich spare es mir mal jetzt ja, alle Items einsammeln zu müssen. Manche Sachen lohnen sich halt auch nicht. Weil... Zieht euch das mal rein. Ähm... Momentchen mal. Wo bin ich gestartet? Hier. Hier ist noch Munition. Hier ist noch eine Handgranate. Aber hier sind mindestens... Mindestens ein Licker ist da. Der Typ ist hinter mir her. Und ein paar Zombies rennen hier auch noch rum. Ich verballere viel mehr Munition, als ich das jetzt noch geholt hätte. Kloppt mir mal. Das lohnt sich nicht. Okay. Deswegen setze ich da jetzt einfach mal einen Haufen drauf. Äh... Cool. Wir haben ein Zahnrad, Freunde. Was eine Überraschung. Das plötzliche Beschwerden der Hosentaschen. Ja, damit war ja nicht zu rechnen. Aber... Jetzt müssen wir hier mit dem Schicksal haushalten. So, gut. Wir gehen jetzt hier rein. Hier war ich auf jeden Fall schon. Und habe es als Zeitverschwendung bezeichnet. Genau. Und bin dann wieder zurück. Ah ja. Ich kann mich erinnern. So. Und hier haben wir wahrscheinlich den letzten Bereich, den wir mit diesem Schlüssel betreten können. Oh, Moment mal. Sag mal Bescheid. Auf jeden Fall. Jetzt können wir das Ding auch wegschmeißen. Ja, wunderbar. Oh, gib mal her, was du hier so schönes hast. Oh. Äh, nur ein Schießpulver. Konfissierungsbericht. Ähm... Konfissierungsbericht. Ein verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden, als ein Beamter ihn zur Rede stellte. Spät er den verwirrt. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfissiert. Alter, der... Die Zeit stoppt, ne? Wenn ich das lese. Also bitte. Es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, deswegen sitzt er auch oft im Gefängnis ein, weil er so nett ist, aber ein, äh, spatzenhirniger Kleptomane. Ach, den hab ich in der Leichenhalle getroffen. Stimmt. Ich kann mich erinnern. Ich hab ihn vernichtet. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Da ist ein Parfühlfetzen in seiner Plastiktüte. 6, 2... Links... Das ist die Safe-Kombination für oben, für den Wartebereich. Da müssen wir eh nochmal hin. Oh, ja! Okay, super, super. Es kann ja gar nicht anders sein mit den Pfeilen, oder? Okay, das, ähm... Ich merke mir das jetzt nicht. Kann das eh nicht behalten. Was haben wir denn hier? Kästchen. Für meinen Infinity-Stein! Oh, hell yeah! Wait! Jetzt will ich's aber wissen. Was ist da drin? Was ist da drin, bitte? Das Abzeichen! Damit können wir unten die, ähm... Diese, diese Box öffnen. In der, in der Tiefgarage da, nach der, nach der Bibliothek in dem Geheimgang. Wait a minute! Ne, Moment mal. Das ist ja USB-Stick! Okay, wir können damit die Magnum holen. Oben aus dem, aus dem, äh... Hochsicherheitswaffen-Bereich da, aus dieser Kammer. Noch besser! Sehr geil! Alter, zwei... Ne, warte mal, wir können das nur einmal verwenden, bestimmt, ne? Okay, mindestens eine neue Waffe! Wie geil! Okay, was haben wir denn hier noch? Gibt's da noch ein paar Items? Oh, das hat sich ja auf jeden Fall schon mal geloht. So, sehr, sehr gut. Hi, YouTube! Was gibt's hier noch? Ach so! Ach, das war so... Oh! Herzschlüssel? Ah, ja, oh, das hat mich gerade mega erschreckt, Freunde. Ähm, übrigens, falls ich diese Herztür nicht öffne, wundert euch nicht, weil das ist so angedacht. Also, ich, ähm, vernachlässige ja keinen Content oder vergesse das oder lasse das zurück. Ähm, diesen Herzschlüssel kriegt man nur in der Kampagne von Claire. Dafür kriegt sie den... Den Kreuzschlüssel nicht. Just saying. Darin liegen zum Beispiel die Unterschiede. Das ist interessant zu wissen. Also erzähl ich euch das jetzt. Ich hab das nachgeguckt. Nee, ich hab das nachgeguckt, nachdem mir das jemand erzählt hat. Im Kommentarbereich. Ähm, macht halt auf jeden Fall Sinn. Okay, lass uns mal zurückgehen in den Warteraum. Da müssen wir sowieso hin. Ich glaube, da ist auch der letzte Safe. Ja, da ist der Safe! Oh, Props an meinen Hirn, Alter! So, warte mal. Nee, 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 nee. Nee, wir müssen erstmal nochmal nachgucken hier. Ein Konfessionsbericht. So, geht mal her. Achso. Äh, weg da! Okay, mhm, 6, 2, 11. Gut, 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 gut. 6... War das doch richtig? 2... Yay! Yay! Oh, was... Zeig mir, was in dir steckt. Was ist das? Ein kleiner Bittel. Den kann ich mir... Mündungsbremse. Das klingt... Das klingt pervers, mein Freund. Für die Mathilda. Äh, was macht denn das? Okay. Gutes Aussehen. Einen schönen Eindruck. Ähm, pfff. Warte mal, nicht ausrüsten. Ich kann das auch wieder abmachen. Cool. Warte mal so, geh mal her. Mündungsbremse mindert den Hochschlag, erhöht die Präzision. Okay. Ja, gut, danke. Das hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, aber... Danke, schätze ich mal. Ähm. Bigfoot? Nicht da, ne? Ich will's ja auch nicht beschwören. Lass den mal. Der ist vielleicht noch kurz austreten gegangen. Oder sowas in der Art. Okay. Wow. Ähm, ja. Schon wieder eine Viertelstunde rumgebracht, Leute. Es, äh... Geht ihr auf jeden Fall... Nicht voran. So, jetzt, ähm... Was macht man jetzt eigentlich? Wir haben ja... Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Sicherheitswaffenbereich. Da diese Kammer. Und benutzen mal den... USB-Stick, oder? Das können wir auf jeden Fall machen. Dafür müssen wir wieder ins Treppenhaus und dann eine Etage hoch. Ja, ob ich das jetzt hier so schnell finde? Moment mal, wo müssen wir hin? Okay, Leute, ich habe euch den erneuten Weg hier bis zu den Duschen mal erspart. So, hier müssen wir auf jeden Fall hin. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wenn ich mich nicht auf der Karte... Alter! Die kontrollieren auch den kompletten Frachtflugverkehr hier von ganz Raccoon City auf jeden Fall von hier aus. Mein Gott, die sind echt flexibel. Hochwertiges Schießpulver. Da können wir doch wieder Schrotflintmunition machen. Oh, super. Oh, das ist formidabel. Zum Glück habe ich das alles nicht. Was ist das? Oh, First Aid Kit. Nice. Was ich alles vergessen habe hier. Genau, ich habe das nämlich auf der Karte gesehen, dass hier noch einiges an Zeug rumliegt. Was haben wir da? Wieso habe ich denn das alles nicht mitgenommen? Ist das Absicht oder... Also hatte ich dafür keinen Platz mehr vielleicht? Ich glaube schon, oder? Okay, so. Komm her. Mhm. Ich bin... Ich bin Experte auf meinem Gebiet. Bin jetzt auch Computerfachmann, Leute. Es... Es... Die Ausbildung kennt keine Grenzen. Es hört und hört nicht auf. Meine Fähigkeiten sind unermäßlich. Oh, komm, jetzt geht wer. Haha! Die mächtig, fette Wumme, Alter. Lightning Hawk. Hell yeah, Baby. Jetzt kann ich die ganze Munition wieder rausholen aus meiner Box. Brief an die Stars-Mitglieder. Meine lieben Stars-Kameraden. Wie läuft das bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit dem alten Irons rumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Oh, der Cringe, Alter. Ein Monat reicht bei weitem nicht, auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere sechs Monate. Ja, oder vielleicht bist du auch gefeuert. Barry wage es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Och, ey. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Chris Redfield. Du Ekel-Schwein. Du ekliger Mann, Alter. Ich glaube, ich spiele lieber Leon. Sorry. Warte mal. Können wir das wieder mitnehmen? Oh, nee. Wir kriegen gleich wieder Besuch. Warte mal. Können wir den... Wir können das doch zweimal benutzen. Wie komme ich denn jetzt da wieder hin? Da hat mich doch dieser Typ, mein Bruderherz, mit dem dicken Arm, hat mich da doch durchgestoßen. Oh, no. Oh, no. Woher... Och, Gott. Oh, ja. Ich meine... Huch. Besuch. Yeah. Huch. Toll. Äh, warte mal. Können wir einen Schlag beten? Ja. Und er erwischt uns dabei. Ist in Ordnung. Können wir den vielleicht irgendwie mal aufhalten, oder so? Mit so der Schrotflimte. Ich will jetzt nicht meine ganze Muni verballern. Ah. Okay, I don't know. I don't know. I don't care. Ich muss speichern. Oh. Oh, no. Warte mal. Ich hab das Teil, ne? Ich hab dieses komische Dingens da gefunden. Das kommt doch da rein, wo ich das gerade so sehe. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo es weitergeht. Tags-Totluspunkt 3, Freunde. Es läuft alles nach Plan. Wäre der Fettmanns vom Tins hier nicht da. Okay, ich werde das ja erstmal speichern. Ich hoffe, dass ich den Penetrator irgendwie loswerden kann. Wie mach ich denn das am besten? Ich weiß es nicht, ey. Okay, Moment mal. Können wir jetzt hier vielleicht mal ein paar Items ablegen, so vor Schreck? Vor allem, erste Hilfespray. Das hab ich ewig nicht gesehen. Ich könnte das alles auch wegschmeißen. Okay, ich hab zwei Messer. Sehr gut. Äh, die ganzen Sachen, die hebe ich mir vielleicht mal auf. Gemischte Kräuter. Gesundheit komplett wieder her. Warte mal, was macht das? Schützt mindert erlittenen Schaden. Aber auf Dauer? Oder nur... Nur so halt irgendwie für eine gewisse Zeit. Schützt kurz vor Gift. Mindert erlittenen Schaden. Ich werde mir das beim nächsten Mal einfach mal reinpfeifen. Und dann werde ich das auf jeden Fall mal feststellen. Hier, wie das geht. Okay, so MAG. Achso, wir haben MAG-Munition. Da kriegen wir doch noch drei hin, oder? So, das ganze Zeug brauchen wir nicht mehr. Den Schlüssel. Den könnten wir natürlich auch noch nehmen. Ähm, ich werde wahrscheinlich eh gleich dieses Teil los. Wisst ihr was? Ich lege mal das Messer hier rein. Und nehme mal den Schlüssel mit. Wir müssen danach, glaube ich, dann sowieso wieder in die Tiefgarage. Bevor ich, ähm, das wieder vergesse, glaube ich, nehme ich es am besten gleich mit. Okay, worum kommst du? Darum. Wie rum, larum, level Stiel. Okay, Großer. Okay, Großer. Weiter geht's. Ne, warte mal, wir müssen hoch. Hi, Marv. Na, alles klar. Ich bereue es immer noch, ihn nicht am Leben gelassen zu haben. Hilfe. Wie soll ich das denn jetzt machen mit dem Typen da auf dem Fersen? Warte, das geht nicht klar, Alter. Warte, ich setze das hier erstmal ein. Komm, ich habe das ja schon ein bisschen vorbereitet hier. Ich hoffe, der Chef beobachtet mich auf Cam, Alter. Komm, der muss das alles im Kasten haben. Ich bin, ich bezeichne mich durch äußeres lobenswertes Verhalten aus. Fuck. Ei, 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 ei. Oh. Okay, okay, okay. Nein, gar nichts ist okay. Gar nichts ist okay. Scherz. Oh. Das tut dem nichts, ne? Oh. Ich kann nicht gegen den Kä... Oh mein Gott, Alter. Hilfe. Nö, nö. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Der ist mir viel zu heftig. Der ist übel krass, der Typ. Wie soll ich das machen jetzt? Soll ich meine Schrot finden, Muniz? Soll ich, soll ich, soll ich, soll ich die Merken umnehmen? Soll ich die, soll ich die mächtig fette Wumme auspacken? Moment mal. Moment mal, Brudi. Komm her. Das war's komplett. Es juckt ihn einfach überhaupt gar nicht, Alter. Komm her. Oh. Voll in deine Tracks, Labbe. Oh, er ist gestunnt. Oh, das geht. Besser weg hier. Oh, die muss mächtig viel Damage machen. So, Moment mal. Wir müssen da rüber. Wir müssen da rüber. Haben wir es jetzt? Ich glaub schon. Boah, Alter. Ist das nervig. Ah, ich hab... Okay. Ich verstehe das. Ich hab jetzt mehr... Ich hab jetzt Schild durch diese Kräutermischung. Das ist damit gemeint. Verstehe, verstehe, verstehe. Alles klar. Hier waren wir noch gar nicht. Äh, warte mal. Okay. Das eine Elektronikteil, das haben wir... Fragezeichen irgendwo hergekriegt. Aus der Tiefgarage da irgendwo. Und das zweite befindet sich ja im Glockenturm. Das müsste ja bestimmt der Weg sein. Das sieht ja mehr arg nach Glockenturm. Ah, was? Halt die Fresse, Alter. Boah. Nein. Nein, verpiss dich. Alter, war das die Magnum? Oh, 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 baby. Oh, yeah. Das macht aber Bock. Das macht mir richtig Spaß. Oh, nö. Oh, nö, oh, 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 oh. Warum denn? Oh, 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 oh. Ja, okay, gut. Oder auch gar nicht gut. Ihr bleibt da liegen, ne? Oh nein. Oh nein, ich bin wieder hier. Ähm, ich verstehe. Das war die Tür, wo wir nicht durch konnten. Ich hätte dieses Zahnrad auch hier holen können. Oh, verfluchte Axt. Da muss es noch irgendeinen anderen Weg geben. Moment mal, das blaue Kraut. Lass das mal mitnehmen. Das können wir vielleicht noch irgendwie irgendwann kombinieren. Oh, das ist zeitlich begrenzt, ne, der Schutz. Vielleicht ist das auch der Schutz vor der Vergiftung, sozusagen. Das Ding stirbt nicht. Ja, sieht so aus. Ich dachte jetzt, er hätte mich ver... Ich glaube, der hat mich tatsächlich kurz verloren. Renn, Leon. Renn, 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 renn. Wir müssen in den anderen Raum. Das ist super nervig gerade. Ah, ich weiß nicht, ob ich nicht laut sein darf oder was los ist, wie ich das am besten mache. Wie kann man dem denn aus dem Weg gehen? Kann man überhaupt? Ich weiß es nicht. Bei mir muss doch irgendwo noch eine Tür sein, oder? Oh, no. Ach, da ist eine Tür. Warte mal. Komm mal her. Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit dir zu beschäftigen. Hier kommt das Zahnrad rein, ne? Easy peasy. Okay, cool. Oh. Noch cooler. Gut. Ähm, ja. Ja, ich glaube, das war's. Moment mal, geh mal her. Reparaturplan. Ja, zeig mal her. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke, äh, werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Wer? Ach, der Spezialist. Weitere. Ich glaube, die haben nur auf mich gewartet. Ähm, bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. So, so, das Joch. Mein Nasenbein auch, by the way. Aber ich wollte mich ja nicht beschweren. So, äh, und nun? Wart mal. Wart mal, muss man das, muss man das andere da jetzt noch einsetzen? Äh, Fragezeichen? Äh, multiple Fragezeichen. Muss man noch ein Zahnrad finden? Ich weiß es nicht. Wir gehen hier die Muffen. Ich will den Typen... Ach, ich dachte, ich wollte das mitnehmen, ey. Ich stecke schon wieder alle Zimmerpflanzen ein. Ähm, Schießpulver. Schießpulver groß? Warte, was macht das? Große Menge Schießpulver. Stellt, verglichen mit normalem Schießpulver, doppelte Munitionsmenge her. Ah, ja. Cool. Danke. Oh, ach so, ach nee. Komm, ich spare Munition, Freunde. Ich erlaube mir das jetzt mal. Oh, der Typ kommt hier nicht rein, ey, ne? Bitte nicht. Bitte, nee, lass mich. Lass mich, Alter. Oh, ach, hier ist die Treppe. Okay, gut. Ich hab ja, ich hab auch keinen Platz, den irgendwie zu juken. So null. Das ist so doof. Wenn er mich hier in die Enge treibt, dann ist es vorbei. Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch die Schwierigkeit. Oh, da ist das. Warte mal, da ist das Teil. Wie komm ich denn da ran? Äh, geh mal her, hier. Kleines Zahnrad. Das muss man da unten einsetzen. Oh, wunderbar. Also, wenn uns jetzt noch weitere Items kommen, die halt irgendwie zwei Plätze brauchen, dann weiß ich, warum wir so viele Bauchtaschen bekommen. Geh auch immer mit 100 Bauchtaschen raus. Nein, nein, er kommt. Nein, er kommt. Nein, er kommt. Nein, er kommt. Komm, komm, komm. Schnell, 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 schnell. Wir machen eine Menge Krach jetzt, oder? Wir sind immer im Glockenturm. Kommt schon. Ja. Äh, ja. Äh, nein. Äh, wo? Äh, was? Äh, wie? Äh, hallo? Äh, was, was muss ich tun? Warte mal, ich muss noch irgendeine Schaltfläche betätigen, oder? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt wieder rausnehmen? Nö, ne? Oh. Äh, doch. Äh, ich hab keine Harnung, Alter. Ich hab mich nicht für diesen Job hier beworben. Ich bitte euch. Ich muss bestimmt noch irgendwas anmachen hier, oder? Gibt's noch eine Schaltfläche? Irgendwas muss ich noch tun. Ach, hier. Ach so, ah, what? Alles klar. Ah, deswegen. Wahnsinn, das ergibt sich von selbe. Das ist wie Puzzle, Leute. Macht eigentlich Spaß, wenn du fünf Jahre alt bist. Oh, geil. Was für ein krasses Gebäude. Wenn bislang noch nicht alle Zombies von uns gehört haben, dann eventuell jetzt. Okay, wir haben das zweite Elektronikteil. Wir wissen, wo wir hin müssen. Ich muss sich darüber keinen Bericht schreiben. Alter, wie, 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 wie awkward hältst du nur eigentlich deine Schrotfinte, Alter. Das Verbrechen soll für dich erzittern, Leon. Ich sag's nur. Ach, du wirst schon wissen, was du tust. Komm, gib mal her. So, ähm, ja. Und jetzt erstmal noch aufmachen. Dann können wir die Pappe wegschmeißen. Ne, ähm, ja, so. Äh, da. Jo, lass dir Zeit. Also, das eilt nicht. Alles gut. So, jetzt haben wir zwei Elektronikteile. So, das müsste jetzt aber reichen. Oder? Ich hoffe einfach mal. Okay. Wir wissen, wo wir hingehen müssen. Elektronikteile erhalten. Äh, wir wissen, wo wir hin müssen, aber nicht, wie wir da hinkommen. Wartet mal. Können wir diesen Geheimgang nochmal benutzen? Uhrenturm. Okay. Äh, wie kommen wir wieder zu der, zu der Tiefgarage? Wir müssen, glaube ich, wieder ganz runter über den langen Weg, oder? Wie kommen wir da hin? Pausenraum, Feuerwehrleiter. Äh, oh Gott. Heizraum. Da ist noch ein Safe Room. Ich glaube, wir müssen wieder... Nein, Moment mal. Hier rum. Um da rum Löffelstiel. Okay, Alter, ist das krass. Eingangshalle. Und dann nach... Okay, gut. Okay, ich weiß, wohin. Ach ja, genau. Das dem, zu dem, äh... Der personifizierte Torso. Wie heißt der? Alien, Alter. Wir können Alien mal wieder besuchen. Warte mal, den haben wir auch eliminiert. Verdammt. Ich bin ein echtes, echtes Kollegenschwein. Excuse me. Excuse me, Mademoiselle. Ich muss dann hier mal durch. Ey. Wartet. Können wir die Schränke wegschieben? Dann kommt der nicht mehr durch. Oh. Wartet. Nee, können wir nicht? Ach, schade. Ey, das ist die Idee des Jahrtausends. Sorry. Äh. Äh. Wo ist der? Willst du was? Der ist direkt über mir, glaube ich. Hilfe. Hilfe, Alter. No way. Wir können die nicht mehr betreten. Wieso wir denn jetzt aber mit diesem, ähm, Abzeichen dann die Waffe holen? Sagt mal. Ich weiß es nicht. Können wir das überhaupt noch? Das hätten wir vorher gar nicht machen können. Oh nö. Oh nö. Okay, wartet mal. Wollen wir jetzt mal die Magnum hier einsetzen? Ich weiß es nicht. Gibt es hier noch irgendwie Besuch? Hallo. Noch jemand zu Hause? Du. Oh oh. Wir haben hier noch Leute. Wir haben hier noch Kundschaft. Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieiei. Eieie! Ahaha! Hi, grüßtich! Na, mein Freund, wie geht's? Gut, ne? Alter. Ich sag deiner Frau, dass du wohl auf bist. Ahaha! Wahnsinn, ey. Oh nein! Güte, also! Oppi! Ey, das ist Mr. Baker. Hi, grüßtich! Oh, tschüss Oh, ich liebe die Waffe Die ist ja Kracher Komm her, mein Freund Nee Die sind immer übelst heftig Ich wollte halt eigentlich den mit dem Schuss versenken Aber Es hat sich herausgestellt, dass ich verdammt schlecht bin Okay, soll ich hier nochmal speichern? Ach was, ach was Speichern ist was für Anfänger Ich hätte speichern sollen Ich hätte, ich sollte Ganz ehrlich Leute Ich, äh, ja Reden wir nicht drüber Okay Oh, da kann ich hier gleich noch das Kraut mitnehmen Zwei blaue Kräuter Nützen mir aber auch nichts, ne Ja gut Nehmen wir mal jeden Speicherpunkt mit, den wir kriegen können Okay, gut Gut, 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 gut Aber noch irgendwas, was wir gar nicht mehr brauchen Wir brauchen auf jeden Fall alles Können auf jeden Fall mal die Kräuter mitnehmen So, dann sind wir zwar voll Aber ich glaube So ein Heilungsitem zusätzlich noch mitzuhaben Ist auf jeden Fall Worth it So Gute, gute alte Mathilda Die war bis jetzt zuverlässig Mathilda Was für ne komische Komischer Name, ne Für, für so ne Pistole, ey Ich meine, ich hätte sie irgendwie, weiß ich Schädelbrecher oder sowas genannt Oder So irgendwas, was Irgendwas mit Pep Was ist da Kennst du Pep Oh Wir sind schon hier Apropos Langweg Verdammt Oh Gott Komm her Oh nein, nicht noch einer Oh Treffen musst du schon, ne Was Zum Glück seid ihr auch richtig bescheuert Zum Glück seid ihr einfach nur dumm Okay, super Na dann geht's jetzt ins, äh Ins Dingens Warte mal, den Schlüssel Ähm Was macht denn der? Autoschlüssel 7, 4 3, 9 Wann mal Space 7, 4, 3, 9 Wait, wo? Wo, der hier? Ne, der nicht Es müsste auch irgendein Polizeiauto Das Ohoho, es geht Geil Wieso hab ich das vorhin nicht probiert Also, letztens Oh, was ist das? Gewährschaft Mathilda Was? Bitte Jetzt geht's aber richtig los Was macht das denn? Ich kann es auch alles wieder anequippen Das ist voll geil Ähm Gewährschaft sorgt dafür, dass die Waffe Dreierseifen verschießt Yes Oh, endlich Endlich richtig, äh Feuer Dings Tinte auf dem Föller Oh, Moment mal Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Da muss man hin Äh, kann ich nicht die Putze hier nehmen? Die sieht schnell aus Vielleicht ist es auch ein Blä Oder den Den Damit kann ich den umkornen Den dicken Das wär nice Oh, Moment mal Äh Nein, hier bin ich hergekommen Reden wir nicht drüber, okay? Haltet bitte Schließt bitte eure Vordertür Danke sehr So Da müssen wir rein Sehr gut Da ist das Gefängnis Und da müsste auch die Schalltafel sein Sag mal Uns geht's doch gut, oder? Wir sind gesund Wir sind aber sowas von gesund Oh, ich weiß, was passieren wird Ich bitte dich Ich bitte dich Ich weiß auf jeden Fall, was passieren wird Ähm Wenn wir das einsetzen Dann werden hier alle Dinge aufgehen Ich hab's ja schon prophezeit Okay, ich nehm mal die Die Mittel Ja, ja, ist doch gut Ist doch gut Ich weiß, du bist einsam und so Wann mal Wenn wir den Schalter gar nicht umlegen Hm Fragezeichen Was haben wir eigentlich noch? Eine Blendgranate haben wir noch Okay, gut Gut, 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 gut Gut So Benutzen Und benutzen Yeah Warte, das ist ein Rätsel Nö Oh, nö Äh Ich muss das mit dem lilanen verbinden Fragezeichen Multiple Fragezeichen Äh Warte, 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 warte Ja Achso, das andere noch Ähm Gibt's nichts über Kreuz? Warte mal Ne, warte, das war richtig Zack Yeah Oh Gott, no Oh Ähm Ben Wir müssen reden Komm, gib mir alles, was du hast Du brauchst es doch eh nicht mehr, oder? Hm? Armer Typ, Alter Oh, hat der noch ne Wumme? Nö, ist ein Walkman Ach komm Ja, aber Das, das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus Ich, ich finde Das ist ein zu großer Zufall Dass Umbrella einer der Stifter ist Sie sagten, in diesem Interview Ginge es um das neue Stipendium von Umbrella Kommen Sie, Annette Das interessiert auch keinen Die wollen mehr über das G-Virus wissen Und das Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt Von dem man übrigens munkelt Es führe direkt in ihr Untergrundlabor Ne, das war ich Transkribiertes Interview Ach so, ja Na gut, das hat er sich eben kurz mal notiert Und die Karatschlüsselkarte Sehr, sehr geil So Jetzt werden wir hier auf einige Freunde stoßen Boah, jetzt werden wir hier aber mit Deodorants überschüttet, oder? Warte mal, hä? Was sind die? Ja, warte mal, warte mal, warte mal Kann man das nicht hier kombinieren? Wieso? Why? Why? Come on, Leon Stell dich nicht so an Ja Da, was sind die her? Was geht's dich an, Mann? In dieser Situation wimmelt es von Monstern Ich kann selbst hier ihre Schreie hören Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe Codename Tyrant Die ultimative Bio-Waffe Von den Mistkerlen absolute Geheimarbeit geschaffen Wenn ich mir vorstelle, dass der hier rumwandert Die haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszuleischen Oh, der letzte Zeuge bin ich Tja, Ben Sorry, du hast es leider nicht geschafft Oh, es geht los Okay, okay, es geht los Oh Grüßt euch, Freunde Bam Warte mal, kann ich auch Kann ich auch hier rum? Ey, ich geh einfach außen rum Ich geh nicht außen rum War nur ein kleiner Scherz Ein kleiner Spaß am Rande Ähm Das war nicht so geplant Sorry Hau ab Sorry, ich hab gegooft Sorry, das war richtig goofy, Freunde Mia gerade Ich hab vor allem mein Ich hab vor allem mein Messer verschwendet Oh, wo muss ich hin? Alter Help Help Oh no, 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 no Ja, ich rede mit dir über unser Herrengott Unterlöser Aber lass mich bitte runter Oh Gott, ich bin nicht den weiten Weg gegangen Um zerquetscht zu werden Ja, davon hab ich gesprochen Liebe sie Ich liebe dich, Baby Das mit Claire, das war nur ein Scherz Warte mal, das ist doch Ada, oder? Ja, ist Ada Ja, ja, ich weiß, ich bin großartig Hör zu, das ist kein Spiel Das glaub ich jetzt nicht Hier unten stirbt nichts Okay, dann gehen wir hoch Ich schätze, du hast die Karte? Äh, nee, hab ich vergessen Und das? Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist Möglich Wenn ich's gehört hab Erst nichts wie raus Falls du nicht siehst, welche Knöpfe du drückst Dann würde ich mal das Ding abnehmen Es ist nachts Und wir sind in einer Tiefgarage Ich sag nur Aber was weiß ich schon Boah, ey Okay, warte mal, Warnung Ähm First Aid Kit, oder? Ich stell die Gesundheit komplett wieder her Ja, ist ja Ist ja eigentlich egal, ne? Okay, ja Lass das mal so machen Wow, ey Jetzt hab ich die Blendgranate verschwenden Gut, äh, woher sollte ich das wissen? Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen Ja, warte Beruhigst du dich mal bitte Fräulein Vielleicht liegt hier noch irgendwas rum? Warte mal Wie geht's denn unserem Herrn hier? Okay, ja gut Wir gehen ja schon Ja, Mama Ich baller dir gleich deinen Uterus Weg, du Sorry Ähm Sorry, das ist mir aus dem Mund gerutscht Okay, benutzen Ja, zufrieden mit mir? Krieg ich jetzt meine Beförderung? Mag ich die abschießen? Ich frag für einen Freund Okay, ich kann mich nicht ducken Ja, ich bin halt nicht so grazil Was machst du? Bestellst du eine Pizza? Oder Ich hätte gerne eine mit doppelt Käse Achso, die hört sich das Ding an Ja, verstehe ich schon Wollen wir den hier nehmen? Der sieht auch schnell aus Ne, wir laufen Gut, klar Bin ich heute noch gar nicht so viel Äh, ja? Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein Wenn Na, es hat sich ja gelohnt Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Ja, du suchst die Hintermänner Ich knall alles ab, okay? Ich hab den Renner gesagt, ich will Hilfe Dann viel Glück damit Danke Alter Ist das das Loch von denen, die gesprochen haben? Meine Güte, ey Das ist ja lebensgefährlich Oh Was machen die denn hier? What the fudge? Was ist das? Äh, ach was? Der Waffenladen da ist wohl der einzige Weg Gunshop-Kendo Ob der noch offen hat? Ich frag diesmal für mich Ja, nee, ist egal, ne? Wir sind supergeheime Detectives und so, ne? Ich verstehe schon Gugu Gadgetto Keylocker, alter Wie heißt das Ding? Dietrich Was für ein Chaos? Ey, ich hab im GTA San Andreas Viel schlimmere Sachen angerichtet Fach mal nicht nach Sonnenschein Das ist doch hier Das ist doch Oh, was schönes Langer Lauf Ich hab Baby Ich hab da was gefunden Äh, was machen wir damit? Kombinieren mit unserer Schotty, ne? Yeah Cool Was macht denn die jetzt? Äh, ja, untersuchen bitte Erhöht die Magazinkapazität auf 8 Und steigert die Durchschlagskraft Oh, lecker Das schmeckt Oh, das Auch noch die Kraft erhöhen Das schmeckt Oh, oh Ihr habt doch nichts dagegen Wenn ich mir die mal kurz aufbohle Nicht wahr Oha, da haben wir Munition Ich würde grad sagen Leider nur 5 Schätze mal, die Herren sind ausverkauft Warum wohl? Okay Äh Ja, guck du dir die alten Möbel an Vielleicht kannst du ja noch irgendwo verkaufen Und ich geh dann mal sinnvoll besammelt Nicht bewegen Ich werde dir nichts tun Ich sagte, nicht bewegen Bewege mich doch nicht Ich bitte sie jetzt, die Waffe zu sehen Hölle durch Wenn sie jetzt um und gehen so wieder aus Wie sie bekommen Oh no Ich glaube, ihre Tochter braucht Hilfe, Sir Von meinem langen Lauf Ich sage nichts über meine Tochter Weg damit Nein, warte Zur Seite Sie erschießt ihn Ich muss sie eliminieren, bevor sie mutiert Boah Eliminieren Das ist meine verfluchte Tochter Vader Lass sie einfach Emma Süße, du solltest doch drin bleiben Daddy Ja, Daddy ist hier Die ist noch nicht komplett verwandelt Okay Oh, das ist sad Die verfluchten Dinger da draußen Das tun die uns an Sie sind Cop Sie müssen doch was wissen Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel Nein, bin ich nicht Ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma Gehen Sie Lassen Sie uns allein, bitte Boah Was für eine traurige Szene, ey Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst Aber wieso ihm? Zweiter Schuss Will rausfinden, was hier passiert Und die Verantwortlichen aufhalten Solchen Menschen zu helfen Dafür bin ich Polizist Das klappt ja gut Meine Mission Ersteht darin Umbrella völlig auszuschalten Wir überleben vielleicht nicht Was auch nötig ist, die Stadt zu retten Ich bin dabei Mano, ey Das, äh Das ging unter die Haut Was lehnst du dir? Hör auf, so cool zu sein, Mann Ja, ja, geheimen Biowaffen Sorry Will da rein Will seine Wumme Ich hatte auch noch ein bisschen Munition Ja, aber Was bleibt uns denn noch? Sorry Das ist kein Galgenhumor Das ist Realismus Oh, eine kleine Cry of Fear Action, ne? Okay, gut Wir, was auch was du sagst Sie ist bei Umbrella verantwortlich Für die Verbreitung des Virus Ich bringe sie zur Strecke Okay, mach mal Aber schieß dann auch mal Wenn irgendwie Zombies kommen Und fahren nicht mit Lastern durch die Gegend Kann ich mich darauf verlassen? Ich nehme das mal als Ja Äh, was? Huch Da, äh Wow Au Die wohnt im Abflussrohr Schön gesagt Nach dir Oh Danke Nach dir Nein, nach dir Nein, nach dir Okay Da gibt's bestimmt Ratten, oder? Ich versteh schon Ich meinte das ernst mit dem Schießen Du hast ne Knarre, ne? Ja, du hast ne Knarre Du hast mich von den Hunden gerettet Schwer vorstellbar Eine echte Forscherin hier unten Laut Einsatzzentrale Führt das direkt zu Umbrellas geheime Anlage Komm schon Die Stadt verwaltet die Kanalisation Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren Go on Okay Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben Ich liebe Amerika Äh, okay Ah Scheiße War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen Äh Dann war es kein Erdbeben Uh, da haben wir was Uh Zum Glück hab ich hier nachgeguckt Yay Ich freu mich wie Wie, wie, wie Schneewittchen Über alles, was ich hier finde Ich bin wie Schneewittchen Schneekönig Naja, wisst schon Was zum Teufel Ich hab die Ratten gefunden Gott weiß, was hier unten ist Äh Was sehr Großes Oh Gott Was war das denn? Warum steht hier ne Verdammte Schreibmaschine? Ich weiß, es ist ein Safe Room Aber ich bitte euch Aber wartet Ich muss das kurz Ich muss das für die Nachwelt fest Ich schreib Tagebuch Ist schon wieder nach 0 Uhr Ich hab keine Zeit mehr Ich hab keine Zeit, ey Da Du wartest kurz, okay Nimm dir einen Snack oder so Ich hab da noch was zu rauchen In der Tasche Nein, hab ich nicht Ich hab alles aufgefressen Sorry Hab gar nichts mehr Okay, Leute Äh, Safe Room Und ich würde sagen Kleiner Cut für diese Folge Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht Es ist übelst aufregend Dass wir jetzt woanders sind Der verdammten Kanalisation, Mann Wir haben super viel geschafft Äh, wir sind raus aus der Polizeistation Ich glaube, wir kommen da auch nicht mehr zurück Wir haben nicht alle Items, ähm, abgesucht Vielleicht nicht alle Ich denke mal, wir haben schon alle Räume betreten Die wir, äh, betreten wollten Der Herzschlüssel, den konnten wir ja nicht, äh, ergreifen In, ja, diesem Durchlauf In der Kampagne von Leon Sondern es geht nur mit Claire Hatte ich ja gesagt Ähm, und ja, mal schauen Wie die Geschichte so weitergeht Wir sind jetzt am Breader auf den Fersen Und versuchen das zu stoppen Was es noch zu stoppen geht Zumindest, äh, die Verantwortlichen hier zur Strecke zu bringen Mal schauen, wie das läuft Ich denke mal, wir werden noch auf einige Schwierigkeiten stoßen Aber ich hab ja jetzt hier Sehr, sehr charmante Gesellschaft Bis dann, liebe Leute Lasst gerne einen Daumen nach oben da Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Und, ähm, wir sehen uns Ciao, ciao